Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute noch einen weiteren Milchshake und zwar machen wir einen Ziegenmilch-Bierenmilchshake. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben hier Ziegenmilch, Birne, ein bisschen Vanillepulver und Pistazie. Auch hier geht es wieder sehr einfach. Wir nehmen erst die Birnen und die Pistazien und ein kleines bisschen von der Ziegenmilch in ein hohes Gefäß und dann wird das erstmal klein gemörsert. So, wenn das jetzt schön fein ist, geht das auch ein bisschen grün und jetzt füllen wir das noch mit der restlichen Ziegenmilch auf. Und ganz zum Schluss geben wir noch unser Vanillepulver dazu. So, jetzt müssen wir das nur noch in ein schönes Glas füllen und dann heißt es guten Appetit. Musik 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 Musik